hallo und willkommen zurück meine lieben freunde das letzte mal haben wir einiges hier am längsten faden der welt gemacht zum beispiel haben wir einen teil des fadens abgeschnitten den wir jetzt nicht mehr finden keine ahnung weiß auch nicht ob wir noch mal raufkommen irgendwie weil der große fisch ist ja weg müssen schauen vielleicht geht das dann noch als nächstes gehen wir mal zum great frog rock gehen wir mal den weg entlang was sollen wir hier nicht machen habe ich mich gerade okay was müssen wir hier machen eigentlich ich habe nicht blass es nur nicht schien muss oder mann der magnet ist jetzt wieder runter von dem ding schon was an ich muss jetzt wieder darauf tun oh warte mal ein seil habe ich das schon an der zeit gehabt ah ja das habe ich habe doch ein seil gekriegt nehme alles zurück ich weiß nicht genau was ich damit machen werde aber ich hab's ich habe es befürchtet dass da so legen ich glaube nämlich fast ich das nie wieder braucht werde ich bin auch nicht ganz sicher ich glaube auch das werde ich nicht mehr wirklich brauchen das habe ich einfach damit sachen bezahlen kann ich bin auch nicht sicher ich das noch brauchen werden also das glaube ich schon dass sie noch brauchen wird das kann man nicht zu machen das hat sagt er einem das heißt wir werden noch irgendwo einen stöppel finden dafür damit wir das dann wieder füllen können ja noch viel dümmer hier als die anderen dinge in die richtung weiter nein das war es in diese richtung es wäre irgendwie gut wenn wir ein journal hätten aber ich glaube was haben wir hier nicht nein es gibt kein journal man muss sich alles aufschreiben in diesem spiel was erwartet dieses spiel dass ich dedicated bin es geht noch nicht so gut wie ein roger Neben können wir es auch nicht. Okay. Schaut es so aus, als hätte ich irgendetwas, was ich... Nein, ach. Ich will nicht K-Bomb spielen. Ich kann nicht, dass ich das noch brauche. Aber wer weiß. Ja, ich kann nicht, dass ich das noch brauche. Mhm, 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 mhm. Ich kann nicht, dass ich diese Sachen zusammen benutze. Nein, okay, Gott. An. Schauen wir weiter zum Vortex und reden hier mit Tagsfacken Onkel. Zumindest der sollte uns jetzt was sagen, nachdem wir den Ring haben. Mystery Vortex. Das ist eine der besseren Attraktionen. Wo mussten wir rein? Ich glaube da, oder? Quack, quack, quack. Komm schon, Megs. Gib Gas. Und wir sind größer als eine Bratbox. Drei Bratboxen essen. Was willst du jetzt? Ist das dein Ring? Oh, ich hab's gefühltet. Oh, ich hab's gefühltet. Okay. 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 Ich will gar nicht wissen, was da passiert. Okay. Wir haben die drei Samples. Wir haben... Wir haben das Magic Powder. Was? Ah, ich bin da drunter. Ich hab mich nicht gesehen. Na dann. Nach Frog Rock. Veralte. Was? Ach knifte. Oh, ich bin da drunter. Aber緘ter. Du kannst meine Daten nach. Deineriminieren. Na dann. Das. Dass ich drei Sample nachschauen. ạnh factors gicht. Okay. Nein. Go to Bumpus' Will. Go to Bumpus' Will. Go to Bumpus' Will. There's a guy. Go to Bumpus' Will. Go to Bumpus' Will. I wish I had absolute power to decide who I am and die. Go to Bumpus' Will. Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Offensichtlich nichts Interessantes, weil sonst... Sonsten hätten sie's nochmal gesagt. Uhm... We could have money. We have money. I mean, this is a wishing well. I wish this game were over. Wow. Get back here. We're dealing with a very literal will here. I wish I knew what Max was thinking. Cool. Well, that was a waste of money. Nah. This thing's malfunctioning. Schade. Schade. Ein Clou oder so wär schon nett gewesen. Okay. Na dann rein mit uns. Howdy, partner. I'm Conroy Bumpus and welcome to Bumpusville. Feel free to wander the mansion, but for Pete's sake, don't put anything. Howdy, partner. I'm Conroy Bumpus and welcome to Bumpusville. Feel free to wander the mansion, but for Pete's sake. It's a macro hard maintenance droid. Cripes. Hey, it's titled me, myself and I. Hey, you learned how to read. It's a gold record for Bumpus's. Heaven's just like Texas, except that there's no taxes. It's the platinum record Bumpus got for let's drink beer and shoot things. It's a gold record for Conroy's breakthrough hit. Two-fisted, beer-drinking, gun-toting, hard-loving, fast-driving country Western Liverpudlian. Conroy's first 8-track tape flushed down the toilet of love. This painting's like a car wreck. I can't stop staring at it. He's not my type. He's not my type. He's not my type of blood, but I was not my type of blood. He's got this gold record for daddy's two-stepping and his two-foot grey! It's hard to believe that he sold a million of tobacco spit blues... Tobacco! Okay. Wie geht's the old man shieldin' that? Come on. Okay, er ist also ein großartiger Mensch. How can you stand to work for someone who persecutes harmless beasts like Bruno the Bigfoot? Uh, on my feet? He's got you there, Sam. Don't you have any misgivings about hunting harmless freaks like Trixie? I did, but then I took a cup of aspirin. So, what's all this virtual reality equipment for? The way I understand it, Mr. Bumpus uses a sophisticated virtual reality scenario to interface with the mansion's security system. The devil, you say? The devil! The devil! Yep, sometimes Mr. Bumpus lets me use the equipment. I pretend I'm over a hundred feet tall and everyone else is like ants and I just squish, 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 squish. We get the picture. Ah, skip it. Hey! Visitors ain't allowed to use Mr. Bumpus' state-of-the-art virtual reality equipment. Scram! Visitors? What's going on here? I'm filling in for the guy who usually guards this virtual reality equipment. You sure are one dedicated employee? Yep, that's me. Detonated. Detonated. Ah, skip it. God, we have to get him out of here so we can use it. Das sind zu viele Dinge, die wir... Das sind zu viele Dinge, ich wette... I don't think he'd want that. Ja, und? Sie haben uns auch rausgeworfen. Können wir es umgekehrt auch machen? Na gut, gehen wir mal raus. Schauen wir mal, was wir sonst noch alles finden. Oh, warte mal, was ist da vor ihm gestanden? Nein. Kann man nicht antworten. Keine Gitarre, wie ich das gedacht hab. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Hm, das ist ein Feld. Es ist Monster Truck Weekend! Es passiert jeden Sonntag. Ah, Sonntag! Es ist ein Feld. Okay, ich bin jetzt über den Schocken. Ich bin nicht, aber ich bin sicher, dass meine gentlen Naivität überleben wird. Oh, das ist interessant. Das heißt, er hat keine Haare. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, worum es geht. Ich glaube, er will die Bigfoots um Haare zu wachsen zu lassen. Hey, das tut mir leid. Na, geh auf! Und bleib hier! Ich glaube, das war nicht der beste Weg, um die Toupee zu bekommen, Sam. Okay. Neterweise dürfen wir jederzeit wieder rein. Schauen wir mal, wo sie in diese Richtung geht. Oh, das schaut cool aus. Der Droid kann hin. Oh, was sie sagt? Es ist ein Porträt von John Muir. Sag, Sam, wer ist John Muir? Wer ist John Muir? Hey, Leute, das Dope weiß nicht wer ist, wer ist John Muir. Du musst dich schuldigen. Was ein Maron. Was ein Dibkowpoop. Sam, die Dibkow-Heads sind mit mir zu sprechen. Wo? Da da. Na, aber... You really shouldn't tell Phibs about dead animals, Max. But... Stop bugging me. I'm admiring this portrait of John Muir. But who's John Muir? Do you really want to know? If you'll stop talking, sure. Okay. Hit it, boys. There once was a man named John Muir. A naturalist, noble and pure. His love for all these days. The most and the leasties. Has never been equaled. Das hat mir jetzt genau gar nichts gesagt über ihn. Kann ich mit denen reden? Nein. Natürlich. Das hat mir jetzt nicht gesagt. Kripes, look at all the trophies. I think this Bumpus goon is overcompensating for his lack of stature, Sam. And besides, I've got a lot more trophies than he does. This is Conroy's first guitar. It says here that he practiced diligently for two weeks. They gave it up and hired a backup band. That story warms the cockles of my heart. Without a car crash it. Okay, ich bin ziemlich sicher, dass wir dieses Ding hier... Warte mal, wir haben einen Ding. Wir haben einen Magneten. Mal schauen, ob wir den Magneten mit dem Ding haben. Ich kann es nichts tun, während es bewegt. Okay. Ich glaube, er würde das nicht wollen. Ja, wir wollen es ja nur zum Stehen bringen. Wie bringen wir es zum Stehen? Wir könnten... ...das reinwerden. Oh, andere. Wir gehen der Welt. Bumpusville ist bereit zu präsenten. The Master of Melody. The King of Country. Mr. Entertainment. Conroy Bumpus. Oh. I hate floor shows. I remember my childhood in Brighton. Ich hab... ...Pono gefunden. Das Spiel ist zu Ende. He say, son, there ain't nothing as exciting... ...as exposing beasts to inhumanity. ...as exposing beasts to inhumanity. Happy to be king of the creatures. I'm proud to be the lord of the old. I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some chaldean god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was free. Okay. And now, with this bigfoot and giraffe neck break, I finally have a full of nature. Hit it, boys. That's why he's asking me to fear the signs upon us. Now to be the sorrows of the lord. None of us can be where we are my love. None of us can be where we are my love. How it's tough to be a country western star. Okay. What about creepy? Oh. Oh. Looks like a keyhole to me. Ah, man kann das ausschalten. It's Bruno and Trixie. Hey, Trixie. Hey, Bruno. Oh. Hey, gross. Oh no. No. I can't use these things together. I can't use these things together. Okay, auf diese Stelle werden wir glaube ich Pause machen für heute. Haben wir alles, was wir brauchen von den anderen Orten? Egal. Wir werden hier für heute Schluss machen, meine Lieben. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mal schauen, ob wir das nächste Mal zu Tricky und Bruno kommen. Wir werden dafür wahrscheinlich noch die Perücke brauchen. Vielleicht mal zuerst schauen, ob wir die Perücke kriegen. Wir können uns dann wahrscheinlich verkleiden. Wir haben ja schließlich auch dieses Kleidungsstück. Kleidungsstück und Perücke. Ich glaube, wir können Sam zu Bruno, ähm zu 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 dem Mr. Bumpus machen. Conroy Bumpus, so heißt er. Ähm. Wie gesagt, ich glaube, wir werden noch brauchen. Das hier. Machen, das wäre vielleicht noch etwas. Nichts. Nichts ist nicht. Hm. Ich kann diese Dinge zusammen benutzen. Nichts ist nicht. Ich kann diese Dinge benutzen. Ich kann diese Dinge benutzen. Wir könnten den Typen aber vielleicht versuchen festzubinden. Naja. Egal. An dieser Stelle, Herrschaften, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis später. Ciao. Ciao.